Gewissen als Überwindung des Egos Der egozentrische Zustand oder vielleicht noch absoluter der egoistische Zustand ist ja, wenn wir vollkommen in uns selbst gefangen sind, in uns selbst als Individuum. Ich will, ich will, ich kann, ich muss, ich darf nicht und so weiter. Also das sich ständig nur auf sich beziehen. Ich bin es und sonst niemand. Ich will dir mal sagen, wo es lang geht. Ich erwarte von dir, dass es so und so ist. Ich will mich durchsetzen. Ich zeige mich. Ich zeige meinen Widerstand. Ich drücke aus. Ich male. Ich bin ein berühmter So und So. Dieses sich nur um sich selbst drehen. Und das heißt, wenn ich mich um mich selber drehe, dann sauge ich die Welt in mich auf. Ich will sie für mich beanspruchen. Nur für mich. Ich muss überleben. Ich will leben. Und ich will gut leben. Ich will zufrieden sein und all das. Also all das Alleinsein in dem Sinne, oder Alleinsein ist vielleicht der falsche Ausdruck, sondern das auf sich bezogen sein und diesen Narzissmus stark emporzuheben und zu sagen, es bin nur ich. Weil die Welt ist die Welt so. Aber ich bin ich. Ich bin lebendig. Ich erlebe die Welt. Ich sehe sie. Ich beobachte sie. Aber ich nehme nicht in dem Sinne an ihr teil, dass ich mit der Welt verstrickt bin, verbunden bin, zusammen bin, in Bezug bin. Nein, es bin nur ich. Ich bin es nur. Ich, ich, ich. Ich habe Angst. Und da kommt ganz schnell die Angst im Egozentrismus, im Egoismus, im Ego. Das Ego ist genährt von der Angst. Von der Angst, kaputt zu gehen. Von der Angst, krank zu werden. Von der Angst, nicht genug zu bekommen. Von der Angst, nicht mitgenommen und nicht geliebt zu werden. Und all das, all diese Möglichkeiten, das kann man sich nicht oft genug sagen. Und deswegen ist es Ego. Und unsere Welt besteht zum großen Teil, machen wir uns nichts vor, aus Ego. Der will sich profilieren, jener profilieren, der möchte Macht ausüben, der tut dies und so weiter. Einfach nur, um seiner selbst Willen so in die Welt geworfen sein, zu sagen, hallo, ich bin's. Und sich da in den Vordergrund zu setzen. Und jetzt in diesem Zusammenhang des Egos, das Gewissen als Überwindung des Egos, eine Gewissenhaftigkeit, als direkter Draht, als direkte Möglichkeit, das eigene Ego zu überwinden. Was ist denn Gewissen? Oder mit was hängt denn Gewissen zusammen? Natürlich hängt das Gewissen zusammen mit dem Begriff Wissen. Wir wissen etwas. Wir haben Informationen. Wir haben etwas erfahren. Wir machen vielerlei persönliche Erfahrungen im Leben. Daraus haben wir ein Gedächtnis. Das Gedächtnis können wir deklarieren. Wir haben eine Sprache. Wir können uns dessen bewusst werden. Wir sprechen darüber. Wir erzählen bestimmte Sequenzen oder Begebenheiten in unserem Leben. Wir setzen uns damit auseinander, persönlich, wie auch mit anderen Menschen. Wir geben das Wissen wieder. Wir stricken das Wissen neu zusammen. Wir erfahren das Wissen. Und so weiter. Also vielerlei an Erfahrungen und an Wissen. Und natürlich ist das Wissen dann auch, oder die Welt, in der wir sind, die Wahrnehmung anderer und anderem. Anderer Menschen oder anderem. Also die Welt an sich. Das, was wir wahrnehmen können. Das, was wir spüren können. Und das alles ist natürlich mit sich. Also immer mit sich selbst. Da haben wir wieder die Ego-Möglichkeit. Hier an sich gut. Also es ist okay so, Ego zu sein. Des Egos bewusst zu werden. Es geht nicht darum, vor dem Ego wegzulaufen. Weil wenn du da vorweg läufst, wie das manche Leute vielleicht naiverweise tun, dann bist du gerade Ego. Dann bist du gerade absolutes Ego. Sondern das Ego zu nehmen, ist ja da. Also mit sich zu sein. Du bist dann mit dir immer wieder. Du hast all das Wissen geschluckt, all die Möglichkeiten. Du bist das und jenes. Und das hast du mit dir. Und in dir. So, und jetzt kommt das, was ich im vorangehenden Audio gemacht habe. Dann kommt immer wieder die beabsichtigte oder unbeabsichtigte Stille, die einbricht in dein Leben. Also du bist mit dir ganz allein, allein, allein. Und dann bist du, ob du willst oder nicht, still. Dann musst du still sein. Und wenn es nur ein paar Millisekunden sind, Augenblicke sind. Und in dieser Stille, die du natürlich kultivieren kannst oder deren du dich, dass es viel besser bewusst werden kannst und auch immer wieder, wie ich es dann programmiert habe in diesem Audio, tatsächlich immer wieder entsteht und du immer wieder zu der Stille findest, zu der Bewusstheit, der Stille findest, bist du dann leer oder relativ leer. Also konzeptlos, absichtslos, bedingungslos. Und das bedeutet, du bist in einem Gewahrsein. Frei von Druck, von Konzepten, von Bindungen, Loyalitäten oder eben von deinem Egozentrischen, wenn wir das nochmal betonen, wo du sagst, ich muss immer dominieren, und ich bin der Mittelpunkt, um mich muss sich hier alles drehen. Nein, du bist einfach in der Stille. Und die Stille kommt automatisch. Ich muss, um das nochmal zu sagen, ich muss die Stille nicht herbeiholen oder herbei bewirken oder sagen, Stille, komm her, ich kaufe dich. Nein, die Stille entsteht automatisch. weil sie eben keine Absicht hat, sondern das Leersein an sich der natürliche Zustand ist, immer wieder auch. In diesem Gewahrsein. Das heißt, wir haben in dieser Stille und damit sind wir schon bei der Gewissenhaftigkeit, den direkten Draht zu Höherem und Umfassenderem, zu dem Gemeinsamen, zu dem Weiteren, zu dem, was andere möglicherweise auch denken, zu dem Mitgefühl, zu der nicht nur Überlegung, sondern direkten Verbundenheit. Was bin ich und was ist die Welt? Was bin ich im Zusammenhang mit der Welt? Wie wirken wir gemeinsam? Und dann kommt das Gewissen. Ach Gott, neulich habe ich jemand heruntergekanzelt oder ich habe jemand angegriffen oder ich habe mich da, ich bin zu schnell gefahren. Das hätte gefährlich sein können, da werde ich bestraft, ich hätte anderen Schaden zufügen können. Mit meiner Frau bin ich neulich nicht gut umgegangen. Ich hätte liebevoller sein können und so weiter und so weiter. Also dieses Gewissen, das dann aus dem Wissen, aus der Überlegung, aus der eigenen Lebensgeschichte, diesen Lebenserfahrungen eben reagiert. reagiert. Aber es braucht dazu den Rückzug einer gewissen Stille, einer Gewissenhaftigkeit, eines auf sich geworfen zu sein, buchstäblich mit sich zu sein, sich ausgeliefert zu sein, um das tatsächlich spüren zu können in der Gewissenhaftigkeit. Das Gewissen ist so etwas, was zusammensetzt. Das Gewissen ist immer der Zusammenhang. Das Präfix Geh, wir haben das Wort Wissen und Geh, Gewissen, das nennen wir im Deutschen in der Grammatik ein Präfix. Das Geh, das Gewissen, ist ein Zusammensein, eine Zusammengehörigkeit. Und diese Zusammengehörigkeit ist ja nicht nur unter Menschen oder Tieren oder all der Welt, mit der ich bin, sondern es ist eine Zusammengehörigkeit im größeren Sinne, im umfassenderen Sinne, also auch im göttlichen, im absoluten Sinne. Und das Absolute, dass er vollkommen befreit ist von irgendetwas, von falschen Loyalitäten, Machtkonzepten, Gier und so weiter, ist ja etwas, was alles in sich beherbergt. Und dadurch jedem, zu jedem Zeitpunkt und in jedem Moment eigentlich in seiner Gewissenhaftigkeit zur Verfügung steht. Das heißt, das Wesentliche oder das Weitere ist befreit und leer in der Gewissenhaftigkeit. Und insofern ist die Gewissenhaftigkeit der direkte Draht zum Absoluten beziehungsweise das Gewissen als Überwindung natürlich des rein Egozentrischen, des Nur-Ich-Binns. Weil das Gewissen reflektiert dann auch über sich. Das Tolle ist ja, dass wir die Möglichkeit haben, als Menschen über uns zu reflektieren, also uns zu besinnen, wenn wir mit uns sind. Oder wenn da relativ Ruhe ist. Oder so eine Situation ist wie in der Psychoanalyse, meinetwegen. Da ist jemand gegenüber, der ist ganz bei mir. und da kann ich das in Ruhe reflektieren und zu mir kommen und tatsächlich sehen, mein Gott, ich bin immer so stark auf mich bezogen. Es geht nur um mich. Und ich bemerke dann, dass ja das Andere da ist, was sich durch mein Gewissen mitteilt. Das Andere, das aber wirklich sehr umfassend ist. Das sind Menschen, das sind Tiere. Das ist die Welt, in der ich rumfahre und Gott weiß was. Und das Gewissen ist immer das, was versucht, etwas in einem Zusammenhang zu sehen. Und insofern ist das Gewissen, ich kann an dem Gewissen nicht vorbeigehen. Jeder Mensch hat eine Gewissenhaftigkeit, weil er stets verbunden ist mit etwas, mit allem, verbunden ist. Und er kann sich dessen bewusst werden. Wie gesagt, frei von Druck, Konzepten, Bindungen, Loyalitäten. Als direkter Draht, wenn ich so sage, zum Hören und zum Umfassenderen, zum Gemeinsamen, zum Weiteren, zum Göttlichen. Und das Wesentliche und das Weitere ist befreit und leer und natürlich nicht egozentrisch. Sondern das ist jenseits des Egozentrischen. Und das Egozentrische entsteht, wie gesagt, nur aus der Angst, dass wir endlich sind als Menschen. Dass wir Angst haben um unsere Existenz, dass wir Angst haben um unser Dasein, dass wir Angst haben um das Eingebettetsein in dem liebevollen Zusammenhang mit allem. In der Liebe. Dass wir isoliert sind, das ist ja die Angst, die zum Ego führt. Wie gesagt, das Präfix G von Gewissen ist das Zusammensein, die Zusammengehörigkeit, wenn man es jetzt im Wörterbuch nachschlägt. Und zusammen kann man, um es nochmal zu sagen, tatsächlich nur im Allein. Also in meiner alleinigen Gewissenhaftigkeit. Das Gewissen kann niemand prüfen. Außer dem Absoluten. Aber das ist ja nicht gegenständlich. Sondern es nur im Alleinsein möglich zu erfahren. Immer wieder auf sich geworfen zu sein. Eben mit sich selbst ausmachen und ringen geradezu. Es gibt Menschen, die braten in ihrer Gewissenhaftigkeit, weil sie Schreckliches verbrocken haben in ihrem Leben. Und die sind ihr ganzes Leben lang von ihrem Gewissen geplagt. Das ist der Grund, warum man Leute nicht aufhängt als Mörder, jedenfalls nicht in Demokratien oder guten Demokratien oder erschießt oder sonstige Sachen macht, sondern sie einfach besinnen lässt für den Rest ihres Lebens im Zuchthaus, meinetwegen, gibt es ja nicht mehr den Begriff im Gefängnis, damit sie die Chance haben, ihre Gewissenhaftigkeit irgendwo ins Reine zu kommen, einen gewissen Ausgleich zu erfahren. Allein zu sein in der Gewissenhaftigkeit ist Sehnsucht, Streben nach dem Zusammen. Und deswegen ist Gott in der Stille und nicht im Lärm. Und die Stille ist tatsächlich überall vorhanden, um es nochmal zu sagen. Ich kann jederzeit die Position der Stille empfangen. Ich sage empfangen, bemerken. Und damit bin ich gleichzeitig in meiner Gewissenhaftigkeit. Also Gewissen ist damit eben der Zusammenhang, das alles. Nicht, was ich vielleicht übersehen habe, weil ich zu einseitig war, weil ich nur auf mich bezogen war, weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Ich hätte eine andere Entscheidung treffen können. Dadurch bin ich schuldig geworden. Es hat etwas mit Schuld zu tun auch. Wir sind immer schuldig als Menschen. Der Schuldkonflikt ist etwas Grundlegendes in unserem Leben. Wir können nicht schuldlos sein. Aber unsere Schuld wird eben auch vergeben. Oder wenn sie sich bewusst wird, ist es schon der gute Schritt dahin. Und das ist eben die Gewissenhaftigkeit. Es quält mich. Ich muss mich befreien, ich muss einen Ausgleich kriegen für das, was ich getan habe. Wo ich dann vielleicht wirklich schuldig geworden bin. So, da tue ich einen Ausgleich und daran lebe ich anders. Und das ist ein guter Weg. Und insofern können wir sagen, ist das Gewissen eine Überwindung des Egos.